Servus Leute ich bin's wieder Mike mit meinem letzten Teil zum Next Gen Upgrade von Dying Light und ich muss sagen ich bin wirklich wirklich froh dass ich jetzt schon soweit bin ich kenne ja auch alles das meiste sag ich jetzt mal und ja ich würde sagen los geht's machen wir den Endboss platt und dann ist die Geschichte auch vorbei die Musik des Leibes gespielt von Sklaven perfekt für einen Sklaven komm schon, komm schon, schneller Gottverdammt komm 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 ich muss dann aufpassen, hier kommt eine Stelle mit ja komm, du sterb hier kommt eine Stelle mit einem explodieren denn da muss ich aufpassen das habe ich auf Albtraum wirklich mit Glück geschafft weil ich habe das vergessen, sowas vergisst man auch außer man spielt es einige Male durch ich mache es mir natürlich wieder einfach ja Leute, dem geht mal einen Dropkick manche würden es für unsportlich halten dich so ins Visier zu nehmen ich mochte dich lieber, als du noch nicht so viel gekauft hast da ist einer da ist einer ja 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 Haha, ihr blöden Zombies. Ah, ihr blöden Zombies. Klar ist es geschafft. Klingt als hätte es wehgetan, Crane. Lass mich dein Leid noch intensivieren, Crane. Trottel, ich finde das so geil einfach. So, jetzt muss ich erst mal hier hoch. Dann einen Sprint einlegen. So, komm, komm, komm. Dann ist der langsam, komm. Weißt du, wie oft ich schon in einem Kampf besiegt worden bin, Crane. Noch nie. Nie. Ja, dann wird es noch Zeit für ihn. Es gibt immer ein erstes Mal. Du bist Mitglied eines exklusiven Clubs. Wo versteckst du dich, Arschloch? Leider ist es ein Club, den ich auflösen werde. Das war eigentlich schon vorbei gesprungen. Oh, wow, wow. War knapp ein bisschen zu weit an links. Oh, wow, wow. War knapp ein bisschen zu weit an links. So, Leute, da sind wir auch schon. Da schauen wir uns an. Kann sowieso nie wegrün, glaube ich. So sieht man sich wieder. Das hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Du bist tot, Suleyman. Mit dem Ding oder ohne. Komm schon, Crane. Als würde dich das kalt lassen. Wie viele Leben eng von dieser Disc ab? Hunderte? Tausende? Milliarden? Einer Sache hattest du recht, Crane. Suleyman ist tot. Er starb mit seinem Bruder in dieser Stadt. Du gehörst gar nicht hierher. Du weißt nicht, was Leid ist. Ich zeig's dir. Ganz einfach. Ja, nur zu. Lass es raus. Tu's. Ich werde mich nicht wehren, wie du da hier getötet hast. Tu's. Leck mich, Arschloch. Du willst, dass ich meine eigenen Regeln aufstelle? Hier ist Regel eins. Du wirst den Rest deines scheiß Lebens Todesqualen leiden. Lass mich nicht so zurück, Crane. Wer weiß, dass du ein Mann bist. Mann, könntest du endlich die Fresse halten? Ach. Oh. Okay. Du hast die Ehe, selbst über dein Schicksal zu entscheiden. Wenn er los ist, dann prall der auf und wohnen wie... Keine Ahnung, was ich dafür als Vergleich nehmen soll. Gefällt dir meine Entscheidung? Arschloch! Was willst du? Rais hatte uns gesagt, dass er die Forschungsdaten habe. Unser einziges Interesse gilt dem Heilmittel. Ihre Chance, Crave. Holen Sie den Rest und kommen Sie mit uns. Ich möchte wirklich sagen, scheiß auf euch alle, aber ich hätte einen Vorschlag. Warum tun wir nicht mehr kurz so, als hielten Sie mich nicht für einen kompletten Idioten? Sie brauchen das Heilmittel. Und es ist hier, irgendwo in dieser Stadt. Und solange das so ist, werden Sie sich hüten, wie das Ministerium zu handeln. Crave, was zur Halle kümmert Sie es, was mit den Leuten passiert? Das ist nichts anderes als ein weiterer Auftrag. Oh doch, ist es. Ich melde mich, sobald ich eine Entscheidung getroffen habe. Ich höre Sie. Was gibt's, Doktor? Die Analyse der Gewebe-Proben ist beendet. Die Ergebnisse sind... Nun, äh, phänomenal ist wohl nicht übertrieben. Crave, wenn Sie mir Zeras Daten besorgen können, steht einem Heilmittel nichts mehr im Wege. Okay. Das besprechen wir das nächste Mal. Das ist so geil, Leute, das Ende. Ich fühle mich... Das ist... Es ist geil. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist unglaublich. Ich hab's jetzt schon wieder durchgespielt. Und das Ende... Ich hab mir das einfach... Ich hab's jetzt einfach genossen. Ja, ich find's... Es ist... Es ist geil. Aber nur mehr gibt's dazu auch nichts zu sagen. Tja. Das nächste Spiel steht schon in den Startlängern. Ich hab Side Release hier. Ich hab schon mal gespielt. Ich hab auch Probleme mit den Tonaufnahmen. Äh, mit der Bildqualität, Leute. Ich zeig's mal ganz kurz. Helden Ring, Leute. Ja, und was soll ich dazu noch sagen, ne? Das hab ich noch hier. Deswegen brauche ich... Ich brauche jeden einzelnen Abonnenten, Leute. Erstens... Möchte ich, dass ihr euch mein Zeug anschaut. Ich möchte es so gut machen, wie es geht. Es sind immer gute Videos von mir, was Qualität angeht. Und ich möchte, dass ihr euch das gerne anschaut. Ich mach das gerne für euch. Wenn ich diese 500 Abonnenten hab, dann mach ich... erstelle ich einfach einen Community-Beitrag. Und da kann ich dann euch abstimmen lassen, was als nächstes gespielt werden soll. Wisst ihr, wie geil das ist? Weil ich spiele dann einfach das, für das ihr jetzt abgestimmt habt. Da werden richtig geile Games dabei sein. Das kann ich euch gleich sagen. Xbox 360. Natürlich auch die Series X. Ein paar äldere Spiele. Wird auf jeden Fall alles Bombe, Leute. Und Spiele... Die sind bestimmt schon 10 Jahre alt. Aber die sind... Ja, die sind immer noch geil. Sowas zum Beispiel. Natürlich neue Spiele nicht zu vergessen. Leute, deswegen richtig, richtig geil. Abonnieren nicht vergessen. Liked, kommentieren. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, einmal beim nächsten Mal. Ich denke mal Elden Ring. Servus.